Hallo, Micha ist wieder unterwegs mit RadioP und natürlich sind wir heute hier im Oktoberfest in Wörseln 2015 und der Erwin P ist vor mir. Erwin, du hast ja gerade schon richtig gut gerockt. Was sagst du von der Stimmung hier? Ja, super Stimmung hier. Der Platz ist voll, die Leute machen mit, klasse. Ist auch eine gute Aktion für Kinder, für das Jugendamt und alles. Was sagst du dazu? Ja, ist klasse und wir machen da natürlich gern bei mit. Wo kann man dich demnächst nochmal wieder erwischen? Oh, äh... Habe ich demnächst? Ich glaube, ich habe das erste Interview heute. Kann das sein? Das erste Mal? Nein, habe ich schon mal gemacht mit der Nicole, aber so spontan fällt mir dann jetzt nicht ein, wo wir das nächste Mal sind. Kein Problem. Also, ich wünsche noch viel Spaß und viel Spaß. Alles klar. Danke.